Ich heiße Coline, ich bin aus Deutschland, aus Berlin und ich bin englisch- und französisch-Studentin auf Lehramt. Ich habe nur über Langroth, über einen Sprachreisenkatalog der ESL. Ich war letztes Jahr im Urlaub in Medellin und mir hat die Stadt sehr gut gefallen und darum habe ich mich für Medellin entschieden. Urkenntnisse im Spanischen wären von Vorteil, sind aber nicht zwingend notwendig. Die Kolumbianer sprechen wenig Englisch, von daher wäre es natürlich praktisch, weil man schon ein paar weiter Spanisch sprechen könnte, um sich in der Metro oder auch an typischen Touristenorten verständigen zu können. Ansonsten hilft die Schule einem, wo man nur Hilfe braucht. Kommt zur Neuva Lengua, weil ihr hier in einer tollen Stadt tolle neue Menschen kennenlernen könnt und einfach ein schönes Spanisch nennt. Musik